Herzlich Willkommen zurück zu mir. Das ist natürlich meine Wenigkeit. So ihr seht, wir kommen in Dragon Quest Heroes 2. Wir sehen, ich bin vor dem Feldlager und wir steppen einfach mal an die Cypher. So. Okay, okay, okay. Oh, ich habe keinen Speichern. Tun wir das doch klein mal. Naisoru! So. Ach, na sowas. Genau im richtigen Moment. Wenn die uns helfen, können wir Kongordia bestimmt zurückerobern. Na nun? Aber wer wussten sie, dass die herkommen sollten? Ich habe sie ihm befohlen. Sie sind noch loyal und wir werden sie nicht heraushalten, wenn es darum geht, hier zu Hause zurück zu erobern. Wenn du bereit bist, sprich mit den Soldaten am Tor zum Niemandsland. Ein Großangriff ist in der einzige Weg, die Stadt zurück zu erobern. Niedlich. Das herzlichen haben wir zwar gefunden, aber das heißt nicht, dass der Rest einfach wird. Wir müssen uns gut vorbereiten. Alles klar, Chefin. Aber dass wir uns auf Anhieb gefunden haben, macht uns das Leben schon um einiges leichter, nicht wahr? Ja. Äh, ja meist du... Ja, meinst du Panic? Wusste, dass wir eines Tages danach suchen werden. Zumindest muss er es geahnt haben, dass jemand in ferne Zukunft nach einmal den Kelch der Königin verderben könnte. So... Oh, das muss eh noch mal anreden hier. Ach, schrecklich. Hey, sie ist ja schon gemerkwürdig, dass Panics Erbs... Da ist ein Schreibfehler. Seht ihr das Leerzeichen bei Erbstück? Da hat wohl jemand, äh... Ja gut, ne? Äh, das Panics Erbstück in Ardia aufbewahrt wurde, oder? Keineswegs. Uns Mitgliedern des Königshauses ist immer bekannt gewesen, dass zwischen Panic und unserem Reich eine eigene... eine enge Bindung besteht. Oh, fuck, ich hab's vergessen. Äh, äh, selbst weg, aber ich tut mir leid. Auf dem Sterbebett befahl er meinen Ahnen dürrig, seine Macht im Grab der Sonne zu versiegeln und auf ewig darüber zu wachen. Hm, ich dachte immer... Ich hab's immer für ein Märchen gehalten, aber das Herz der Heiligen beweist, dass die Legende wahr ist... äh, wahr sind. Also ich habe die Geschichten noch nie zuvor gehört. Dann war Panic als gern... Dann war Panic als gern in unserer... Äh, dann war Panic also gern in unserer Stadt. Achso, es war gerade komplett ganz woanders. Das erfüllt mich mit, äh, einem gewissen Stolz. So, ob ich noch jemand zum Anquatschen... Ne, jetzt muss ich da hingehen. Gut. Spare ich mir auch noch mal ab. Bevor ich verkacken sollte und ich laden muss. Dass ich die Kante nochmal wiederholen muss. Danke, m'lady. Oh, schien auch. So, wir wollen mal, ne? Jetzt bin ich echt gespannt, wird das jetzt der... Kommt jetzt der letzte Fight? So? Aber ich denke ja, es geht ja um die Legende und etc. Ich bin dort oben. Achso, ich muss ja da hinlaufen. So, abgehen. Ich gucke schon wieder vier Blätter am Start. Einfach, einfach run baby, run. Einfach, einfach laufen. Uff. 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 Oh fuck, falsch Richtung. Genau da müssen wir hin, meine Damen und Herren. Genau dort müssen wir hin. berichten zufolge befindet sich in der stadt mehr mehr monster als wie je zuvor bekämpften mussten wat ok da bin ich gespannt bitte bereit ist gut vor rein in die olga keine schwäche zeigen hallo was geht sind alle soweit gut unser einsatz zur rücker oberen konkurrens beginnt hier und jetzt halt das herz der heiligen hoch 14 das lüftet sich ok spitzenmäßig jetzt können wir diesen monster endlich zur leibe rücken und sie in die wüste schicken ich glaube einen etwas besseren plan werden wir schon brauchen der westen der stadt scheint relativ ruhig zu sein oder sie so in der tat wir müssen hier fuß fuß fassen und uns dann wieder ins innere der stadt vorkämpfen vororts leute ok es wird abgerechnet kurz drehen hier wenn ich ihn bitte sagen wir so nicht so geil gelöst ist mit der kamera warte 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 will ich natürlich mitnehmen den golem die sind ja mal gar kein problem alter so die nimm aber mit wo festgepackt und abgehen so 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 werde ich das doch haben so sehe ich das doch gerne wenn er eingefroren ist sehr schön sehr schön dass ich jetzt schlafe ist ungeil das du kleiner dreckiger alter so freund so nicht so nicht au scheiße dass der kleine racker so schnell stirbt was für ein arschloch vom verbindeten wieder auf na das ist doch gut ja ist ja schön sehr schön so gehen wir mal rein hier der ist gleich weg sehr schön nice sehr gut so den dinos auch noch mal mit so der ist auch weg die krüge machen wir auf dieser bereich ist sicher aber sicher davon kann es ausgehen gut die barriere ist verschwunden das ist komplett ich hoffe dass das wasser kreuz ich habe eigentlich jetzt auf so eine blume gehofft so mal kurz den hier machen ne hat er nicht gemacht ganz entspannt du kleiner dreckiger alter du kleiner dreckiger spass dort hinten so will ich das sehen die haben gar keine chance hatte gar keine ach du scheiße wenn ich das hinten wenn ich das schon da hinten sehe kriege ich die kratze die roboter boah ekelhaft wat kann er nicht machen oh fuck wie viele fischer sind denn dort eins zwei drei vier boah bruder alter übertreibt doch nicht deine rolle boah okay ich dachte das sind die monster wie es in dem grab waren aber das sind ja nur solche geschütze gott sei dank so machen wir die platz zack 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 ich sehe null wo ich hin schlage null ich sehe null wo ich hin schlage null das hätte man echt ein bisschen eleganter lösen können ey weg damit weg damit wahrscheinlich eine sackgasse nicht wahrscheinlich ist eine sack hier ist eine sackgasse ich werde jetzt auch eine tru oder irgendwas wo ich ja wo ich quasi das blatt was ich ein bisschen verkackt habe wieder ein krieg aber naja war nicht so wo die ok ok dass der dauer das hat richtig aber aber kein problem wir machen das schon die großen position bringt dass ich wirklich alle bäder trefft ob du die abstand oder stück den scheiß das ist richtig aus sie schöner maria feuer ja sehr schön noch mal der schön wundervoll ich habe kein leben er kein manner ok jeder ist weg sehr schön das leben scheiße ich jetzt mal so ich nutze einfach jetzt mal den schleim so batz alter sehr nice ok der ex-söldner ok 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 alles klar der westen der stadt wäre befreit dieser bereich ist safe gehen wir jetzt rein jungs ok ok jetzt müssen wir zurück loben schade kann ich jetzt nicht mitnehmen ein gesprungen doppelberger sehr schön dass ich aus der range bin ich sehe gerade ein bisschen zu viel auf der bahn der war gut, der war sehr sehr gut freund ja also hüte deine faust der war safe, sehr schön oh nochmal schön weggemacht sehr sehr gut ja sehr schön weggemacht ja sehr gut ja sehr gut ja da will ich rein kisten sind immer gut dein ernst jetzt ja genau das wollte ich nein die scheiß bei der pfister der light jedi alter ich muss den das nur weg machen so einer ist weg mal kurz weg erstmal kurz weg was wir den hier machen so tut ein bisschen mehr als ein viertel kommt rein du bist doch mein jedi alter ja sehr gut sehr gut schau so diese kleinen dreckigen säcke hier weg damit na sehr gut so macht das doch spaß da war noch ein kleiner ruder vor uns ja aber nur der der ärztdämon und ich der ganz böse der ne 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 du kleiner dreckiger alter der ist weg sehr schön du kleiner dreckiger arschloch ey geht doch ne alle auf mich jungs fuck ich komm hier raus ich komm hier raus jetzt 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 ja sehr schön der war gut sehr guter schaden guter nächste weg ich geblendet aber sind so schlimm nächste weg sehr schön ja gut ha mein freund so haben wir nicht gewählt jetzt ach komm nimm nimm einfach nimm einfach den schmerz an ah wunderschön ich hab vorbeigesenst das kann ja sein ernst sein der schleim geht ja richtig nach vorne so weg damit so was haben wir das hoch in griff gestärkt ach du scheiße ein king high schleim ja bruder das ist natürlich arsch das ist natürlich richtig müllig muss erst den heilschlein weg machen unbedingt kostet was es wolle der muss erst weg kein bock auf ein handlos battle wo der typ wo der heilschleim immer die ganzen leute hoch heilt da wusste gar kein turn drauf komm frei rein frei rein na gut ist natürlich gleich erledigt ja sehr gut gut in der gefährlichsten gegner habe ich erstmal weg so mein freund so mein freund ja sehr gut wunderschön so was haben wir den heilschleim oh fuck die explodieren ja ich splodieren die jetzt hoch oh bruder weilige maria gottes schön er ist eingefroren oh alter schwede sehr gut sehr gut ärzte man weg jetzt machen wir noch der ist auch weg ich bin ganz entspannt aber wo ich mir wo ich mir auch hinten lebt noch ja den müssen wir weg machen den habe ich ja komplett übersehen wunderschön in seiner attacke gestoppt sehr schön wieder gestoppt er greift an jungs den habe ich doch schon quasi auf dem präsentierteiler hingelegt man da musst du mal rein halten dieser bereich ist sicher so meine damen und herren und was uns dahinter bevor er so was uns da quasi entgegenkommt sehen wir natürlich dann erst nächsten part von dringend kristius 2 mit mir samkame das ist natürlich meine wenigkeit im sinne wünsche euch noch einen schönen tag haut rein und macht irgendwas sinnvolles da ich jetzt nicht weiß wie es dann weitergeht wenn ich die rote jetzt platt mache oder vielleicht noch eine rote mache ich erstmal einen cut ne das zu lange wird in dem sinne macht irgendwas sinnvolles und bis zum nächsten sport und klingel kaka